Wir werden immer jünger gehalten mit dem Regen. Ich weiß, es ist wieder Geschleime. Ostdeutsche fühlen sich wieder diskriminiert. Schreiben die Beschwerde an mich. Sollten möchte ich noch mal eine E-Mail-Adresse noch haben? Moin! Ich begrüße euch wieder zu unserer Fahrt mit MegaZegaming. Ich bin euer Mikele. Wir fahren heute die Fracht von Hamburg nach Kiel. Moin! Das übergeben ich noch nach MegaZegaming. Der erzählt uns das weitere. Ja, moin! Frisch aus Hamburg hier raus. Der Mikele hat es in der letzten Folge geschaffen. Wie man sieht, hat er seine neue Fracht. Wir sprechen heute mal ein bisschen Hamburgerisch. Wir versuchen mal ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Aber für alle Leute, die das verstehen. Wir können noch ein bisschen platz schnacken. Aber ich glaube, dann versteht ihr gar nicht mehr. Gehen wir mal los hier, ne? Ja, dann würde ich mal sagen. Voran, ne? Es kam ja voraus. Richtig. Dann wollen wir mal den Lumpen in Wallung bringen. Ja. Dann geht's von den guten Norddeutschen Hamburg nach Kiel in die Ostfriesen-Stadt. Ne, Quatsch, was krieg ich dafür nicht. 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 Die gehört zwar auch in die Sache, würde ich sagen. Aber Jans, war auch in die Sache, würde ich sagen. Aber Jans, war auch in den. So, wir siegeln den Anker und straffen die Tapeten oder geht los hier. Dann geht das los. Ja, wie man sieht, der Mikel hat bei sich auf einen Hänger, einen Hänger und darauf noch einen Hänger. Weil einer reicht mir nicht. Oh, ist grün? Ja, ist grün und mein Motors aus. Ich würde sagen, I hope this is good. Ich glaube, ich müsste mal unterwegs den Schlauch in den Rüssel tun. Also den Schlauch in den Tank tun. Ja, links rum, denke ich mal, ne? Yes, Baby, einmal links. Nimm mal den Fischkürtel hoch hinterher. Oh, fuck, das Boot rot. Aber nicht geblitzt, würde ich sagen. Ne, ich wollte nicht brennen, das wäre jetzt frontal gewesen. Ja, oben am, in Hamburg, da ist auch der Heini, ne? Wer kennt den Heini nicht? Den Heini, den Arz ist ja nicht. Kennst du den? Ne, den kenne ich nicht, ich kenne mal. Dann schicke ich dir mal den Link, das ist der Heini, ja? Der Heini, kennst du Euro Truck Simulator? Äh, kennst du Train Simulator? Ja. Also, liebe Zuschauer, falls sie es noch nicht wussten, wir spielen ETS 2. Und das ganze Nachricht noch mal für Mega the Gaming, wir fahren ETS 2. Kennst du den Train Simulator? Ja. Ja. Da gibt es eine, ähm, ein First-System Soundboard, ja? Und in diesem First-System Soundboard gibt es eine, ähm, es gibt für den Train Simulator eine Stecker Hamburg-Hannover, ja? Hamburg-Hannover, ja? Da fehlt auch vom Fischkuder mit den Metronomen, ja? nach Uelzen, über Lüneburg, äh, Winsen, an der... Lue, glaub ich also. Die Lue. Die Witzel Lue. Kennst du was? Die Lue? Oh, ich komm hier, okay! Wo, ich komm hier, nicht hoch, aus mir abgebrannt? Kann ich geprippst. Ja, ich komme mir schon. Ja, und, äh, dort gibt es den Heini. das ist der YouTuber Heini 30 I hope this is a nice guy and I think a very good YouTuber So geradeaus weiter, ne? Ja, geradeaus. Immer den Fuschgeruch. Wie ist der Junge, ne? Michele ist in der Nähe. Ops, mit Hose steil auf. So ne Scheiße. Bestell zu machen, holt euch wieder rein. Die Norddeutschen sind in Norddeutschland unterwegs. Mal munkelt. Ja, wir machen... Wir machen das hier unsicher. Yes. Ja, wir machen einfach alles unsicher hier. Wir fegen alles weg. Corn-Scienty, platt, schnacken. Ein bisschen platt kann jeder oder nicht. Oder geht. Geht, geht. Ein Platz steckt auch in Englisch, ne? Ja. Yes, Baby! Ich würde sagen... So, mein Junge, jetzt geht's ab an der Wurde Kärnt. Hier oben im Norden ist es gut zu leben, boah. Richtig. Wir leben alle von Fisch. Und es hört nicht auf zu regnen. Ne, leider. Das ist der Norden. Ja, Regen ist unser... Deswegen haben wir auch keine Falten im Gesicht. Falten? Ja. Wir werden immer jung gehalten mit dem Regen. Hehehehe. Ich weiß, es ist wieder Geschleime. Ostdeutsche fühlen sich wieder diskriminiert. Schreiben die Beschwerde an mich. So, möchtet ihr noch mal die E-Mail-Adresse noch haben? Reicht ja, dass ich auch an die Leitstelle verlinke, oder? Ja, das stimmt. Da könnt ihr die Beschwerden hinschreiben. Hehehehe. Nein, in betreffend Gehle rein treiben. Genau. Han mit Gehle gewichtet. Richtig. Ja, sag mal, wie schnell bist du da vorne? Was mit Ihnen denn hier? Sechs und Freie verboten und besonders melkewichtig. Hehehehe. Das ist der da. Pah. Das ist der da. Pah. Das ist der da. Die geht schon gleich wieder runter. Sind schon in Kiel. Scheiße, krass. Was ist das für die wilde Fahrt gewesen? Ging fast in 10 Minuten. Ich sag's dir. Oh. Du bist auch rechts drüber gezogen, ne? Ja. Hehehehe. Na komm, wenigstens noch ein Schlafplatz. Da kann sich noch ein bisschen ausruhen, bevor du in Kiel reinfährst. Ah, willkommen in Kiel. Herzlich willkommen back to the Kiel. Kommt die Marse auf die Yastar. Die Yastar, ich red ein Müll. Micky ist rot. Oh, hab ich gemerkt. An meinem Kontostand. Wurdest du geblitzt? Ja. Ich nicht. Ich wurde nicht geblitzt. Schmeine rein. Ich hab mich strafeiert heilt. Ja, 50-50. Drei Viertel du, ein Viertel ich. Micky ist rot. Oh. Oh. Warte mal. Hier ein Kilo oben gibt's auch Rampeln, ne? Ich will's nur sagen. Ja. Die kommt nicht aus Hamburg. Boi. 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 wenn man mit dem Megaso Gaming versucht ein Rennen zu machen, dann passiert sowas wenn man immer einen auf halb stark tun möchte wir laden mal eben kurz ab und fahren mal zu dem Mikäle aber derzeit kann der Mikäle schon mal einpacken ja, ein paar Künstler kann keiner widerstehen, ich sag ich das kommt keiner ran ich habe eingepackt Wer ist das jetzt? so, von Hamburg nach Rostock sind wir gefahren, nein, nach Kiel sind wir gefahren, wir waren nach Kiel ja, nach Kiel 112 Kilometer an der Ostsee und haben eingenommen ganze 5000 900 26 Euro so an der Ostsee, du warst schon Kiel des Nordsee echt? nur als ich weiß ja nur als ich weiß ja Nordsee so, wir holen die Mikäle ab und dann ist das auch schon wieder vorbei mit dieser Folge I hope you have, äh, sehr gut gefallen aber nicht noch, wenn ihr beim iPod noch zukommen möchtet, dann könnt ihr die Folge noch ein bisschen länger gehen blöd ubs so, hier ist der Mikäle da ist er da ist er da ist er man lobt dich nicht da ist er guck, ich packe mich, dann lass dir mal gleiche Ich gebe dir mal einen Tipp, geradeaus zu fangen auf diesen, wie nennt sich das? Vorfahrtschild. Ja genau, und dann nur noch rückwärts rein. Peinlich. Wir gucken diesmal das ganze Geschehen zu. Wir nehmen uns natürlich hier mal eine Position raus, die... So. Hier können wir das ganze Geschehen am besten beobachten. Die Kehle beim Einparken. Man lobt es nicht, man lobt. Oben in Norddeutschland gibt es dieses Einparken, Leute, das müsst ihr kennen, ja? In Mitteldeutschland, da wo ich herkomme, aus Hannover, ja, da kennen wir das noch. Mitteldeutschland, du anstenssicht. Ja, mittig von Deutschland, wir sind die Landeshauptstadt. Oh mein Gott. Hannover ist ja nicht umsonst Landeshauptstadt. Ich weiß gar nicht, warum heißt das eigentlich Landeshauptstadt. Viele denken immer, ey, Landeshauptstadt ist doch Berlin. Von Niedersachsen, ne? Landeshauptstadt. Heiter auch nicht Landeshauptstadt Osnabrück. Wie eine Frau, also mit Kehle. Was denn? Was denn? Abgeladen, oder? Solange du ein Grün kriegst, ne? Du musst einen grünen Punkt kriegen. Ja. So, dann ist die Handlaufen und dann klappt das. Auf Wiedersehen. Sobald du grünen kriegst, teedrücken. I love it, würde ich mal sagen. Ja, dann macht dir die Verabschiedung. Ich sage aus dem schönen Norddeutschen Hamburg, ich sage mal tschüss, vielen Dank. Und dann Hamburg, ich sage mal tschüss, auf Wiedersehen. Bis dahin. Und ich bedanke mich für die Mitfahrt. Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Das war's, Leute. Wir begrüßen uns hier mit Moin und sagen tschüss, bis dann. Bye, bye. Ciao.